Bevor das ganze Video hier einmal beginnt, muss ich einen ganz wichtigen Hinweis machen. Das ganze Video ist hier keine Anlage, Kauf oder auch Finanzberatung. Das Ganze spiegelt alles nur meine persönliche Meinung wider und ist ausschließlich zur Unterhaltung. Moin Moin, Ahoi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video heute hier auf meinem Kanal und zu einem weiteren Video. Ich bewerte dein Vivi Portfolio und heute mal von einem anonymen Zuschauer hier an der Stelle, der seit Ende April 2021 mit dabei ist. Das heißt, schon eigentlich ziemlich lange mit dabei ist. Aus heutiger Sicht jedenfalls und ja, da schauen wir uns heute mal das Portfolio an. Ich muss auch sagen, das Portfolio gefällt mir an sich sehr, sehr gut. Ich habe am Ende noch ein paar Tipps auf jeden Fall hier für denjenigen, aber generell muss ich auf jeden Fall sagen, ein sehr interessantes und gutes Portfolio an der Stelle. Dieses Format ist außerdem ziemlich aufwendig und auch ziemlich zeitintensiv. Deswegen würde es mich auf jeden Fall sehr freuen und auch unterstützen, wenn du hier unter diesem Video, wenn dir dieses ganze Format hier auch gefällt, ein Abonnement da lassen würdest. Das Ganze ist kostenlos, dauert nur zwei, drei Sekunden und zeigt mir auf jeden Fall, dass dir dieses ganze Video auch gefällt und du auch Interesse an meinem Kanal hast. Jetzt werde ich aber nicht lange schnacken und wir starten rein mit dem Portfolio hier von diesem anonymen Zuschauer. Wenn du selber an diesem ganzen Format hier teilnehmen möchtest, dann musst du mir einmal nur dein Portfolio abfotografieren oder abscreenshoten, mir die Bilder bei Instagram oder auf Twitter senden. Die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Außerdem schreib mir doch sehr gerne dazu, seit wann du ungefähr dabei bist und ob deine MINT-Nummern wie auch dein Name im Video gezeigt werden dürfen bzw. genannt werden dürfen. In dem Fall sollten außerdem der Wert des Portfolios, MCP-Punkte des ganzen Portfolios und vielleicht ein Screenshot vom Vibi-Portfolio dabei sein, um sozusagen direkt einen Überblick auch über die Collectibles bzw. allgemein über das Portfolio zu bekommen. Fangen wir doch erstmal mit ein paar Eckdaten hier zu diesem Portfolio an. Das ganze Portfolio hat einen Wert von ungefähr 30.000 Dollar. Das ist auf jeden Fall an der Stelle schon mal nicht schlecht, wenn man sich anschaut, wie viele Comics bzw. Collectibles er überhaupt hat. Das sind nämlich nicht allzu viele an der Stelle. Es sind zwar in dem Fall jetzt hier 134 Collectibles. Das ist nicht wenig, keine Frage, trotz dessen aber auf jeden Fall jetzt auch nicht super viel für das, was er hier momentan sozusagen an Vault-Value hat. In dem Fall hat das Ganze jetzt leider hier keine MCP-Punkte mit dabei. Ich würde jetzt schätzen, dass wir hier vielleicht so 130 MCP-Punkte für das Portfolio täglich bekommen würden. Das heißt, das ist auf jeden Fall an der Stelle auch nicht schlecht. Schauen wir uns jetzt mal das ganze Portfolio hier einmal an. Wenn wir uns das mal anschauen, dann sehen wir auf jeden Fall hier auf der ersten Seite sehr, sehr viele Ultra Rares und auch einige sehr gute, in dem Fall zum Beispiel All Together Now. Wir sehen hier zum Beispiel aber auch den Zombie Captain America, der zu Halloween mit unter anderem gedroppt ist. Wir sehen den Ben Rayleigh Spider-Man Ultra Rare mit einer super fantastischen mit Nummer 101. Wir sehen hier die Enterprise Ultra Rare 1 zu 1 Format. Auch ein sehr, sehr gutes Collectible. Und dann sehen wir auch zum Beispiel noch den Ecto Interactive Ultra Rare. Auch ein sehr gutes Collectible, was wahrscheinlich auch irgendwann fahrbar sein wird, zum Beispiel in den Metaversen. An der Stelle auch kein schlechtes Collectible. Wenn wir da mal weiterschauen, dann sehen wir hier zum Beispiel den Gilgamesh, in dem Fall mit Nummer 59. Das ist auf jeden Fall an der Stelle auch ziemlich stark, wenn man davon mal ausgeht, dass es in dem Fall hier immer erst bei 40 losgeht, bzw. bei 41 ist sozusagen das Collectible, soweit ich weiß, was dann sozusagen startet. Und ja, ansonsten hier noch den Gary Frank Batman, muss ich tatsächlich sagen. Ist jetzt nicht so mein Favorite von den Batmans, ist aber auf jeden Fall in Ordnung, wenn man das Ganze hat. Hier sehen wir nochmal zwei einzelne Sets. Einmal auch den Glider Blueprint und Captain Carter. Keine schlechten Sets auf jeden Fall an der Stelle. Wenn wir da mal weiterschauen, dann sehen wir hier noch einige kleinere Charaktere, sage ich jetzt mal, eher hier, oder Collectibles. Donald Duck ist da natürlich kein kleines Collectible, an der Stelle ein sehr gutes Collectible. Day of Death Uncommon, einer der ersten Briefmarken hier überhaupt auf Vivi. Schön auf jeden Fall an der Stelle. Und dann werden wir nochmal weiterscrollen, dann sehen wir auf jeden Fall nochmal den anderen Ben Rayleigh. Wie Spider-Man in dem Fall sind ja auch sozusagen die Ben Rayleigh's auch zu der Comic-Con damals gedroppt. Das heißt, ein Comic-Con-Exclusive eigentlich unter anderem auch und eine FA. Ist auf jeden Fall an der Stelle auch kein schlechtes Collectible. Dann sehen wir zum Beispiel nochmal Pili. Wir sehen hier den Hasen von Frank Cossack. In dem Fall die Weihnachts-Edition. Wir sehen hier die Skateboards, die zur Designer-Con gedroppt sind. Dort wird ja auch immer noch vermutet, dass man irgendwann sozusagen mit diesen Skateboard-Decks dann auch zum Beispiel im Vivi-Vers rumfahren kann. Was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Dann sehen wir auch nochmal das Hoverboard aus dem Set von Back to the Future. Und auf jeden Fall hier das gleiche, wie wir auch bei den Skateboards. Wahrscheinlich irgendwann dann auch im Vivi-Vers nutzbar. Und wenn wir dann nochmal weiterschauen, dann sehen wir hier nochmal den Batman 89. Ein sehr interessantes Collectible meiner Meinung nach. Und ich befürworte das ja auch wirklich schon seit mehreren Monaten hier auch. Kann ich auf jeden Fall auch nochmal empfehlen, das Ganze sich anzuschauen. Den Finn Mertens, das erste farbige Collectible. Natürlich an der Stelle auch nicht schlecht. Elsa, das erste Collectible, was sozusagen von Disney Animation Studios ja auch produziert wurde. Das heißt, dementsprechend eigentlich so das erste NFT, was wirklich von Disney stammt, was aus dem Disney-Universum kommt. Und was zu dem Konzern Disney in dem Fall gehört, da ist in dem Fall Bart und Homer in dem Fall das erste Disney-NFT. Wenn wir dann hier nochmal weiterschauen, dann sehen wir zum Beispiel hier noch den Spider-Man Common, in dem Fall The Amazing Spider-Man. Das heißt, die Common ist von vielen auch immer noch so dementsprechend hier der Amazing Spider-Man überhaupt aus dem ganzen Set. Dementsprechend ist er vom Value auch ein bisschen höher, zum Beispiel als die Un-Common. Dann Lions Unit, in dem Fall das erste DreamWorks NFT an der Stelle. Dann den ersten Spider-Man Mighty. Und dann kommen wir hier noch zu den Comics in dem Fall. Da werde ich jetzt allgemein nicht so viel zu sagen, außer bei den Comics, wo ich weiß, dass sie relativ gut sind. In dem Fall hier eine Ultra-Rare ist natürlich nie schlecht. Dann sehen wir hier noch Amazing Spider-Man. Das ist ein sehr gutes Comic mit auch einer der ersten. Black Panther, auch ein schönes Comic, muss ich auch sagen. Das Cover gefällt mir extrem gut an der Stelle. Daredevil Hashtag 1 in dem Fall. Das zweite Exklusiv-Cover überhaupt auf Vivi. Dementsprechend auch nicht schlecht. Und ist damals außerdem zu Comic-Con auch gedroppt, nach dem Fantastic Four Comic. Dementsprechend auf jeden Fall hier auch kein schlechtes Comic, denke ich mal. Und dann sehen wir hier drüben noch Fantastic Four Hashtag 1, die Ultra-Rare. Auch ein sehr starkes Comic. Wie gesagt, glaube ich, ich glaube, das zweite Comic nach Marvel's Hashtag 1. Und dementsprechend natürlich hier auch ein Comic, was definitiv in Zukunft auf jeden Fall gut steigen wird. Und was ja auch, glaube ich, in der echten Welt auf jeden Fall auch gut Value hat. Und dementsprechend, denke ich mal, wird das Comic auf jeden Fall irgendwann gut gehen. Aber hier auf jeden Fall ein gutes Comic. Anschließend haben wir hier unten nochmal ein paar mehr Comics. In dem Fall hier Journey into Mystery, einmal die Rare, wie auch die Common. Ich glaube, das war tatsächlich das dritte Comic, was wir gesehen haben. Dementsprechend auch sehr, sehr gut hier jedenfalls. Und glaube ich, tatsächlich auch in der echten Welt hat das ganz gut Value. Dann haben wir noch den Marvel Comics Hashtag 1, die Rare, die habe ich persönlich zum Beispiel auch selber, muss ich auch tatsächlich sagen, ist mit einer meiner Grails, weil das tatsächlich ja, ja, das Marvel Comics Hashtag 1 nur in der Rare Variante ist. Hier drüben haben wir nochmal das Marvel Comics Hashtag 1 als Common Version. Das ist natürlich das Original Cover. Dementsprechend hat das nochmal sehr viel mehr Value an der Stelle. Auch das erste Comic überhaupt, was auf Vivi gedroppt ist. Und dann haben wir hier drüben noch House of X, einmal die Ultra Rare. Ist jetzt, glaube ich, kein super interessantes Comic, aber es ist halt eine Ultra Rare. Und dann haben wir noch die Secret Rare Immortal Hulk Hashtag 1. Ist, glaube ich, jetzt auch nichts super Besonderes, aber auf jeden Fall hier eine Secret Rare, die auch nicht schlecht ist. Kommen wir zu den Kategorien, wie ich das Ganze jetzt hier einmal bewerte. Als erstes schauen wir uns mal die interessanten Collectibles an für den MCP, aber auch allgemein Sets, aber auch allgemeine Sets für das MCP und die Raritäten dazu. Danach schauen wir uns besondere Mind-Nummer des ganzen Portfolios ja einmal an. Danach kommen die Blue Chips, danach das stärkste NFT, anschließend mein Lieblings- Collectible des ganzen Portfolios und als letztes bewerte ich dann sozusagen das ganze Portfolio, einmal von 1 bis 10. Fangen wir mit dem MCP an und hier haben wir auf jeden Fall ein Set auf jeden Fall schon mal am Start. Das ist in dem Fall hier, wie auch eben schon gesagt, ein Set, was sozusagen auch zur Comic-Con damals gejobbt ist und hier natürlich exzellent, muss ich einfach mal so sagen, ist tatsächlich auch eher mein Favorit für einen Spider-Man tatsächlich. Also ich muss sagen, mir gefällt er extrem gut und ich hätte extrem gern auch diese Ultra-Rare, ich habe sie aber leider nicht und ja, ist eine FA, ist dementsprechend auch sehr, sehr stark, meiner Meinung nach und hier auch interessant für den MCP. Dann haben wir hier noch mal einmal das No-Time-to-Die-Set in dem Fall, hier mit zwei Postern. Ist glaube ich auch momentan immer noch ziemlich günstig, diese Poster sozusagen voll zu machen. Das sind ja immer zwei Poster und das ist dann sozusagen auch schon von den MCP-Punkten her nicht wenig, was man dann bekommt, weil das ist dann direkt ein Set. Da haben wir noch zwei einzelne Sets, einmal Captain Carter und Glider-Blueprint. Beides auf jeden Fall auch keine schlechten Einzelsets an der Stelle. Anschließend haben wir dann noch hier einmal das zweite Set sozusagen von diesen Postern, wie ich auch gerade eben schon gesagt habe, die sind halt sehr, sehr günstig, deswegen hat er sich wahrscheinlich die auch gekauft und dann hat er noch das Fantastic Four Mighty Set hier einmal voll. Ist auf jeden Fall an der Stelle auch nicht schlecht. Dr. Doom, auf jeden Fall nicer Character an der Stelle auch. Und jetzt habe ich hier irgendwie wahrscheinlich aus Versehen was noch mit reingemacht. Das einfach jetzt an der Stelle hier nicht beachten. Da gehe ich jetzt hier aber unten nochmal drauf ein, wie sie haben hier zum Beispiel für den MCP von den Raritäten ja interessant. Auf jeden Fall All to go, then now Ultra Rare, Zombie Captain America Ultra Rare, Dr. Doom Ultra Rare, Pluto Ultra Rare, Enterprise Ultra Rare, Ben Rayleigh Ultra Rare, dann zum Beispiel auch noch den Spider-Man Animated Ultra Rare, auch ein sehr, sehr starkes Collectible, wie man hier gerade auch schon in der Mitte nochmal sieht, auch eine sehr schöne Mint-Nummer. Dann haben wir noch die zwei Bond-Poster einmal mit dabei, den Interactive, DeLorean und den Gilgamesh als Ultra Rare. Außerdem von der Comic-Seite haben wir dann Amazing Spider-Man, Hashtag 50, House of X, Hashtag 1, Immortal X, Hashtag 1, in dem Fall zwei Ultra Rare, eine Secret Rare, auch von den MCP-Punkten definitiv nicht schlecht. Besondere Mint-Nummern hat der Gute auf jeden Fall eine ganze Menge und hier fangen wir doch einmal mit dem besten, eigentlich mehr oder weniger meiner Meinung nach an. Ich sage das jetzt so, weil es halt einfach auch ein gutes Collectible an der Stelle ist. Der Ben Rayleigh 101, meiner Meinung nach eine superschöne Mint-Zahl. 101 ist halt einfach, ich finde das hört sich einfach auch nice an. Das hat wahrscheinlich noch andere Bedeutungen, aber 101 ist einfach eine schöne, cleane Mint-Nummer, muss ich einfach sagen und dementsprechend die auf jeden Fall eine sehr schöne, besondere Mint-Nummer. der Spider-Man Animated Ultra Rare, in dem Fall eine 322, ist eine Low Mint, in dem Fall sogar unter 500. An der Stelle hier auch der erste Spider-Man überhaupt gedroppt ist, in dem Fall Animated, sogar hier zwar nur die Ultra Rare, trotz dessen auf jeden Fall hier ein sehr starkes Collectible mit der Mint, passend auch noch sehr viel stärker einfach. Dann haben wir noch zwei Sub-1k-Mints sozusagen von den Bond-Postern, ist an der Stelle auch nicht schlecht zu haben, ist jetzt aber auch nichts super Besonderes. Das All-New Captain America Comic in dem Fall mit der Mint-Nummer 671, ist da einfach eine Sub-1k-Mint an der Stelle. Dann haben wir noch die Ultra Rare Gilgamesh, das ist in dem Fall eine sehr, sehr niedrige Nummer. In dem Fall ist es jetzt sozusagen das 19. Collectible, von der Mint-Nummer her, was jetzt hier gedroppt ist. Dementsprechend hat das auf jeden Fall sehr viel Value, meiner Meinung nach und dementsprechend auch sehr interessant. Anschließend haben wir den Holiday Groot, der ist jetzt in dem Fall nichts, es ist keine Sub-1k-Mint oder sowas, aber ich finde persönlich die Mint-Nummer einfach schön, 055 00, ist einfach eine schöne Nummer, meiner Meinung nach. Kommen wir dann zu Daisy Duck und Donald Duck in dem Fall mit Nummer 489, ist einfach eine Sub-1k-Mint, an der Stelle auch nicht schlecht bei der Stückanzahl, ich glaube das sind 12.500 ungefähr gewesen und dafür ist auf jeden Fall die Mint-Nummer 489 auf jeden Fall nicht schlecht. Anschließend haben wir Amazing Spider-Man Hashtag 50 mit der Mint-Nummer 3600, ist in dem Fall wieder das gleiche wie bei Holiday Groot, einfach eine schöne, cleane Mint-Nummer und dann zum Schluss haben wir noch den Deadpool, in dem Fall hier mit einer Sub-1k-Mint, in dem Fall 583, ist an der Stelle auch nicht schlecht. Kommen wir zu den Blue Chips und hier haben wir einmal den All Together Now und natürlich Ultra Rare mit dabei, in dem Fall der erste, Mickey, in dem Fall einfach sehr ikonisch, weil das Ganze hier aus Steamboat Willie ist, mit Musik, animiert und dementsprechend auf jeden Fall hier etwas, was schon ein Must-Have ist für jeden Master-Collector eigentlich, dann haben wir noch die Elsa mit dabei, das erste Disney Animation Studios Collectible überhaupt und dann haben wir noch zwei Marvel-Comic, Hashtag 1, dazu habe ich eben schon ein bisschen was gesagt, sind halt die ersten Marvel-Comics in dem Fall hier und das erste Comic unter anderem auch auf Vivi. Dann haben wir noch Donald Duck und Daisy Duck in dem Fall für mich persönlich auf jeden Fall ein Blutschip einfach weil das Ganze hier jetzt einfach auch ja, Daisy und Donald sind, die beiden sind auch sehr, sehr ikonisch, sehr, sehr bekannt im Disney-Universum und dementsprechend habe ich die mit hier zugenommen, ist jetzt natürlich kein Blutschip, der nach ganz oben rutscht, aber ist auf jeden Fall unter den Blutschips meiner Meinung nach kategorisiert, dann haben wir noch hier aber natürlich einmal zwei andere Collectibles, die meiner Meinung nach auch wirklich Blutschips in irgendeiner Weise sind beziehungsweise nahe dran sind. Hier haben wir einmal zum Beispiel den Donald Duck, die Lenny-Colarkatte mit der Hashtag 1 hinten drauf, den Ben Rayleigh in dem Fall hier in der Ultra-Rare, F.A. Spider-Man und aus Beyond Spider-Man und ja, ich muss sagen ein sehr, sehr cooler Spider-Man, fast sogar cooler als hier der normale Spider-Man Animated, aber auf jeden Fall hier auch meiner Meinung nach auch mit der MINT-Nummer ein sehr, sehr starkes Collectible und meiner Meinung nach auch unter den Blutschips zu finden und dann haben wir noch den Spider-Man Animated, Ultra-Rare in dem Fall ja nicht die Secret-Rare, aber er ist trotzdem animiert und ist mit der Secret-Rare der einzige Spider-Man, der sozusagen hier insgesamt auf Vivi bis jetzt auch animiert ist und in dem Fall auch eine F.A. ist und dementsprechend gehört da für mich auf jeden Fall auch mit in diese Blutschip-Kategorie rein. Das stärkste NFT war für mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer hier rauszufinden, deswegen habe ich jetzt einfach zwei genommen und da bin ich auf jeden Fall bei All-Together-Now hier mit der Ultra-Rare, in dem Fall ja habe ich eben ja schon dazu einiges gesagt, Steamboat Willie einfach sehr, sehr ikonisch und als zweites habe ich dann noch den Ben Rayleigh Spider-Man in dem Fall, der ist halt einfach mit dieser MINT-Nummer extrem stark meiner Meinung nach und wird hier denke ich mal sogar vielleicht den Mickey irgendwann überholen vom Preislichen her, man kann das in dem Fall jetzt hier auch natürlich nicht mit dem Floorpreis vergleichen, weil der Floorpreis wird wahrscheinlich immer etwas niedriger sein als sozusagen ja, das Collectible eigentlich wert ist und dementsprechend kann man das jetzt gar nicht so pauschal sagen, aber ich denke mal, dass der Ben Rayleigh hier eventuell auch mit der MINT-Nummer wie gesagt den All-Together-Now an der Stelle flippen könnte. Mein Lieblings-Collectible des ganzen Portfolios ist in der Stelle der Ben Rayleigh Spider-Man in dem Fall hier mit einer wirklich der Spider-Mans die ich wirklich am meisten feiere auch einfach und dementsprechend ist hier der Ben Rayleigh Beyond Spider-Man in mein Herz gekommen und ist in dem Fall hier das Lieblings-Collectible des ganzen Portfolios für mich. Zum Schluss gibt es natürlich immer noch eine Bewertung hier für das ganze Portfolio in dem Fall bekommt das Ganze von mir einen 9 von 10 ich hatte mir einfach noch ein bisschen gewünscht dass du hier zum MCP einfach noch ein paar Sachen ergänzt in dem Fall habe ich hier das Ganze ja mal aufgeschrieben einmal Kryptokins 5 Collectibles haben wegen MCP ich glaube du hattest jetzt gerade 2 oder 3 ich bin mir jetzt nicht ganz sicher aber auf jeden Fall dort kannst du easy einfach MCP-Punkte farmen indem du einfach dir insgesamt von dem ganzen Set 5 holst so holst du dir einfach easy MCP-Punkte ich persönlich hätte mir außerdem noch die Enterprise Ankommen geholt einfach um das Set voll zu machen der Ghostbuster Rare und Ankommen ist an der Stelle natürlich auch nicht schlecht weil du schon die Ultra Rare hast dementsprechend zur Ergänzung auf jeden Fall für das Set auch nicht schlecht und Mermi Cornus noch 3 Stück holen wäre an der Stelle natürlich auch nicht schlecht um dann sozusagen 5 Stück zu haben in dem Fall kannst du dir noch 2 Comments unten an Ankommen holen glaube ich ungefähr war das so und dann hast du da auch 5 MCP-Punkte die du einfach für das Set bekommst und an der Stelle denke ich mir auf jeden Fall kein schlechter das war es das war es jetzt hier einmal mit dem Video zu dem Portfolio von dem anonymen Zuschauer wenn dir das ganze Video hier einmal gefällt und das ganze Format dir hier auch gefällt dann lass mir auf jeden Fall sehr gerne unten unter diesem Video einmal ein Like da das würde mich auf jeden Fall sehr freuen und noch unterstützen ansonsten bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen Mittagabend macht's gut und tschau tschau